Also das hat noch nie funktioniert, also diese Idee, dass man einfach die Steuern und Abgaben senkt und dann gibt es auf einmal eine Entfesselung der Wirtschaft. Das hatten wir schon auch in der Vergangenheit als Versuche, das klappt nicht. Also es ist letzten Endes immer, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, eine vernünftige staatliche Ausgabenpolitik, mehr Ausgaben, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Wenn sie dann wieder von selbst läuft, wenn alles wieder gut ist, wenn die Firmen gutes Geld verdienen, wenn gelüngend Leute einen Job haben, dann kann sich der Staat wieder zurückziehen, dann kann er wieder anfangen zu sparen, soll er auch, dann muss man die Steuern erhöhen, dann muss Österreich auch einmal sein Einnahmenproblem in Ordnung bringen, weil wir haben ja im internationalen Vergleich sehr geringe vermögensbezogene Steuern, keine Vermögenssteuer, keine Erbschaftssteuer, wie sehr viele andere Länder. Wir haben auch sehr niedrige Steuern auf Grund und Boden und da müsste man eigentlich ansetzen, um dann für die Zukunft gerüstet sein, damit wir dann in den nächsten 10, 15 Jahren das Geld haben, um unser Gesundheitssystem wieder auf ordentliche Beine zu stellen. Da braucht es mehr Geld, um unser Pensionssystem finanzierbar zu halten und auch um unsere Pflege auszubauen im Endeffekt, auch die Kindergärten auszubauen. Wir brauchen ja eigentlich da staatliche Mehrausgaben. Also da jetzt zu sagen, wir kürzen, 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 sparen, 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 das wird sich nicht ausgehen, das wird Österreich langfristig schaden.